Leute, unser Loot war in einer neuen Folge Clash of Clets. Ich drehe nur 3.0. Wir haben jetzt eigentlich wieder die Armee lagern voll, aber eigentlich habe ich... Ich sehe, meine Maunen sind noch schlecht aufgelabelt. Die können ich jetzt mal höher machen. So. Mal schon hochladen. Ich habe ja noch vier... Oh, da ist noch eine ganz schlechte Maul. So. Auch der Wind. Vielleicht, dass ich hoffe schon... Gold muss danach alles werden, wenn ich jemanden das aufs Dunkel habe. Also hier sind jetzt auch Maul, die ich noch nicht habe. Okay, also mal ein getrieben. Okay. So. Also. So. Nehmen wir den gewissen. Heute ist irgendwie eine Sprungpfade drin, dass da eins sitzt. Ne, mach ich nicht. Den da können wir nehmen. Ja, den nehmen wir. Greif mir am besten an, hier. Die Luft ist da. Also, der mal legt. Was da hin? Ne, das war ne schlechte Idee. Hier. Die Magier sind jetzt mal eingesetzt. Erstmal. So, der Riesenmann hier auch schon mal ganz schön. Ja. So, die Magier schön hier. Den Minenwerfer weg. Ich kann die Kanonen da aber auch ganz schön stark angreifen an der. Uh, dieses Mal ist das richtig schlecht aus für mich. Ja. Nicht viel, das ist nur 1.000 Geld. So. Mach ich jetzt mal ein bisschen hier. Das ist alles voll jetzt. So. Dann müssen wir hier neue Druckmaß bilden. So. So. Okay, jetzt können wir dann gleich nochmal angreifen. Was ist denn hier? Oh. Oh. Da greift mich da an. Oh. Schwarze Magier. Da hab ich verkackt. Richtig verkackt. Hm. Mh. 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 Das ist da und der hat sogar ein Päcker. Mh. 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 Jetzt Yang Päcker. Hm. heute kurzer kart bisschen gescheiten gegner von ab bis gleich hier leute ich glaube den greifen nicht an aber guckt euch mal diese base an was macht er dafür gescheit für komische geschenke hin was man doch den angreifen mit 14 riesen nie der chance bei mir guck mal wie dumm ist der warte mal sie dann kurz kart leute bis gleich so leute wir haben einen gefunden den nehmen wir der ist nicht gerade gut und da ist die luftabwehr hat er keine luftabwehr leute der hat keine luftabwehr alles klar dann muss ich erstmal magier das weghauen kann mir meine balance sie kann schon dmg machen und die magie ist die schon auch ganz schön schön da weg machen so kann uns jetzt alle weg jetzt kann hier schön alles wegrasieren zwei geburtstagstagen so die balance man hier ganz schön damage so das ist auch ganz schön gut wieder die magier jetzt haben wir es gleich fertig die magier machen da dass die balance kommen jetzt dazu um die riesen und das ist da auch das war jetzt ein guter ankauf das war auch ein schlechtes doof ich würde sagen tschau bis zum nächsten mal